Leute, ich will euch heute mal das Halfter vorstellen, welches die Liane weiterentwickelt hat. Das ist nämlich das Duali, das klassische Monty Roberts Halfter. Aber die Liane, meine Freundin von mir, hat das weiterentwickelt, sodass man dieses Nasenstück, das zeige ich nachher noch mal an klein, auf jedes Halfter ziehen kann. Total praktisch. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz dieses Halfter. Das ist ein kombiniertes Halfter im Prinzip. Und es geht hier vor allem um dieses Nasenstück, über das ich dann nachher meine Impulse setze und die Zügelhilfe gebe. Da kann man dann einfach durch diese Möglichkeit das einschnallen und loslegen.